Mich würde mal interessieren, ob es für Location Scouting, das ist ja wieder einer dieser Anglizismen, die man gerne benutzt, nicht irgendwie ein gutes deutsches Wort gäbe. Das habe ich mir auch schon öfter überlegt und ich finde immer so, um das meinen Großeltern zu erklären, so ein Wort wie Drehortfinder zum Beispiel. Okay. Haben andere Vorschläge für so ein Synonym für Location Scout? Ja, also die Franzosen haben da ihre eigenen Begriffe. Da ist es der Repereur, das heißt der Speer, also ein Kundschafter, der loszieht und die Drehorte sucht.